Leute, ich grüße euch und hier wieder in einem neuen, als auch für Zuschauer, die länger stehen dabei sind, in einem alten, älteren Look. Denn ich habe wieder den Greenscreen installiert. Ich kann euch das hier gerade mal zeigen, Leute. Wenn ich hier den Filter ausmache, dann wird der so Original und so mitgekieht. Und das auch passend zum Thema, denn Rapala goes green. Letzte Woche Montag sind wir mit dem Titel gestartet, Zeck goes green und Rapala macht es genauso. Doch Rapala hat verrückte andere Wege, die ihr auch in den Kommentaren zu Zeck goes green geschrieben habt. Und das finde ich super geil. Und deswegen will ich euch einfach mal erzählen, was sich Rapala gedacht hat, was bei Rapala anders ist und was bei Rapala auch einfach sehr gut läuft. Ich würde nicht sagen besser läuft, sondern auch sehr gut läuft. Denn jede Firma, die irgendwie versucht, green zu gehen, macht es sehr gut. Denn 2020, also vor zwei Jahren circa, legte Rapala schon eine Roadmap vor, wie sie ihre Nachhaltigkeit über die nächsten Jahre, also in Zukunft, verbessern kann und festigen kann. Auf diesem Nachhaltigkeitsplan folgen nun Taten. So werden zum Beispiel die neuen Flash X Köder, das Martini Messer, als auch das Recycling Monophil von Suffix in komplett biologisch abbaubarem Karton geliefert. So wird die Version von Rapala, um mit freundlicher Verpackung zu schaffen, langsam Realität. Und das, was ihr auch im letzten Video geschrieben habt, manche meinen so, ich kann es doch überhaupt nicht verstehen, warum in Angelleden überhaupt noch Verpackungen angeboten werden. Warum kann ich mir nicht einfach sagen, hey, diesen Köder will ich und warum muss ich dann noch die Verpackung mitnehmen? Oder warum gibt es in Angelleden überhaupt noch so Verpackungen? Und beim Martini Messer wird dazu schon ein Schritt gegangen, dass man selbst entscheiden kann, ob man das Messer mit Verpackung nach Hause nehmen will oder auch ohne. Was ich auch sehr gut finde bei Rapala ist, dass Rapala einen Nachhaltigkeitsbeauftragten hat. Einen Nachhaltigkeitsbeauftragten mit dem Namen Taneli Weizanen. Ich kann es nicht richtig aussprechen, ich habe den Namen bestimmt gebutchert, aber ich finde es saugeil, dass es einen Beauftragten gibt zum Thema Nachhaltigkeit, der sich nur alleine damit für diese Firma beschäftigt. Jetzt kurz zitiere ich, Plastik wird nur noch dort verwendet, wo es absolut nötig ist, zum Beispiel in Futterverpackungen von Dynamite Bytes, aber auch dort wird schon mit recycelbarem Kunststoff gearbeitet und man arbeitet hart daran, auch Futterverpackungen ökologischer zu gestalten. Und diese Bemühungen sind halt ein erster Schritt und noch viele weitere werden folgen. Rapala hat jetzt nicht so die komplette Roadmap aufgelistet, aber ist schon stark, was da auf jeden Fall kommt und kommen wird. Die ersten drei neuen Kröder ohne Plastikverpackung sollen sein die Löffelblinker Nauvo, Hamaya und Kalan. Und auch wie oben schon geschrieben, bei den Flash-X-Kölgern, auch bei den Flash-X-Worblern ist es gelungen, auf Plastik zu verzichten. Und wie wir das auch bei ZEC gesehen haben, mit der Zange, Schere, was das sein sollte, sind die Verpackungen dann so ein Design, dass man die Produkte nicht nur sehen kann, sondern auch berühren kann. Und auch das, sage ich mal so, fördert häufig die Kaufentscheidung des Kunden. Nicht nur angucken, sondern hey, wie ist der geformt, wie fühlt sich der an, wie bewegt er sich und so. Das kann man dann alles bei den neuen Verpackungen sehen. Und natürlich ist auch dem Fachhandel damit geholfen, denn Papier kann man leichter entsorgen als Plastik. Vor allem, wenn man so viel hat wie alleine, wie die Fachhandelmärkte, weil dann muss man meistens schon kompletten Abtransport bestellen. Und bei Papier ist es halt einfach nur Papier. Also ich finde es immer geil. Irgendwer hat auch in den Kommentaren geschrieben, dass man sich immer mehr freut, wie Firmen immer mehr weiter green gehen. Und das finde ich auch einfach stark. Und deswegen ist es mir auch ein Anliegen, immer wieder darüber zu berichten. Es gibt schon Firmen, die machen das schon lange und geben sich Mühe, immer wieder dort den nächsten Weg zu gehen. Wie ihr auch schon geschrieben habt, Mobi Soft Baits zum Beispiel, auch ein Fischerino ist da mit am Start, ein Flexi-Fix. Und wie sie nicht alle heißen. Aber jetzt zieht auch ein Rapala nach. Und das finde ich sehr stark, wenn, wie ich im letzten Video schon gesagt habe, für große Firmen einfach auch nachziehen. In dem Sinne, Leute, ich freue mich auch wieder, dass ich hier auch wieder ein bisschen green geworden bin. Und in dem Sinne würde ich sagen, falls ihr im Wasser seid, ein dickes, dickes Petri, einen fantastischen Start in die Woche. Lasst es euch gut gehen. Und das Allerwichtigste, bleibt gesund. Euer IC. Macht's gut. Ciao. Ciao.